ist wirklich so, Alter Cut 2 Hallöchen YouTube herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Bad Wars mit dem lieben X-Nexy aka Fresh Ocean Hallo 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 Und, äh, ja Wir haben Oder besser gesagt, ich habe ein Problem und zwar, ich habe ja von gestern nach 5... Was laber ich? Ah, für morgen ein, äh, 12 Stunden... Ich kann nicht mehr reden, ich kann nicht mehr reden, Alter Ein 12 Stunden Stream, angekündigt und leider mit dieser nicht stattfinden können, da mein Upload ein bisschen zu kaka ist Und, ja, deswegen habe ich mir jetzt was anderes überlegt Und zwar werde ich in diesen 12 Stunden, also von 11.30 Uhr bis 11.30 Uhr Ähm, also morgens bis abends, nachts, wie auch immer man das nennen mag Ähm, was wir in meiner Community machen die ganze Zeit Scheiße Und, dabei habe ich geplant von 13.00 bis 16.00 Uhr, äh, immer die ganze Zeit Fun-CVs und wenn ihr das länger wollt, dann... Länger... Ja... Was soll man dann noch sagen? Und zwar, wenn wir das immer auf den ESL-Servern machen, äh, und ich werde meinen Clan in-Game, in-Game, ich betone in-Game, lieben und einen eigenen aufmachen, äh, für diese 12 Stunden Und ihr könnt dann per Skype oder per WhatsApp, falls ihr mich auf WhatsApp habt Oder, äh, was weiß ich, wie, anschreiben, nur bitte nicht unter den YouTube-Kommentaren, das wäre dann... Ein bisschen... Da müsste ich immer YouTube nebenbei aufmachen, das wäre dumm Äh, deswegen Skype oder WhatsApp oder, ja, falls ihr mich in-Game habt, in-Game Und dann können wir, äh, vielleicht sogar genug Teams zusammenstellen für ein kleines Turnier, keine Ahnung Wenn das klappen würde, wäre natürlich geil Und, ja... Hinter dir ist noch einer Äh, auf jeden Fall, ja, das würde mich halt freuen, wenn das genug werden für ein Turnier, das wäre natürlich mega geil Und, ja, das war's dann auch schon mit meinem ganzen Gelaber Ich glaube, der ist auch schon genervt, weil das der, äh, dritte, zweite, ich kann schon nicht mehr zählen Auch noch ein Versuch ist, deswegen... Herzlichen Glückwunsch, deine Zeit läuft ab jetzt! Boah, ich bin begeistert Vierig war Wurzdecken Ja, okay Nimmst du jetzt einfach alle wieder auf, oder? Ja, ja Ja, super Jetzt labere ich in deinem Video wieder sau viel und... Wüsste nicht schlimm Ich schreib dann als, äh, Titel Codis Infos Codis Infos Auf deinem Kanal, hat Sinn Hat auf jeden Fall mega Sinn Codis Infos aufs nächste Kanal Alles klar Oh man, Alter Das hat so viel Sinn wie ein Arschloch am Ellenbogen, Digga Das hat bestimmt viel Sinn... Oh, hab ich ihn... Ich komme auf Live gedrückt, Digga, ein halbes Herz noch Ich will nicht noch einen Aufnahmenversuch machen Ich will nicht noch einen Aufnahmenversuch machen Bitte lass uns das gewinnen, bitte Ich hab keinen Bock auf einen weiteren Aufnahmenversuch Wir haben grad schon alle verschissen, das war scheiße genug Nein, der geht voll in die Mitte Bauen wir doch über oben Warte, 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 warte Warte, warte GEDRECKT Du geiler Affengaming, Anna Dein Arsch, er ist so geil in meiner Frrrrrrrrrrrrr Okay 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 Ja, das war's mit diesem Video Auf beiden Kanälen Infos für Kotti Okay Ja, ich hoffe es hat euch gefallen Natürlich auch seine Zuschauer Dass es seinen Zuschauern gefallen hat Dass ich hier mal 80% gelabert habe Und du mal ein paar Geräusche reingehauen hast Ähm Ja, bis zum nächsten Mal Und vielleicht sogar bis morgen Tschüss Tschüss